ARD Text im Auftrag von Funk Alles klar, raus. Also, kann ich anfangen? Ja, ja. Hallöse und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche League auf Justins Kanal. Mit mir, dem Robin und mit Justin. Logischerweise. Logischerweise. Heute mal nicht mit Noah. Ne, warte, die letzten drei Folgen haben mit Carsten erlaufen, glaube ich. Heute mal nicht mit Carsten, sondern mit mir. Oh, da hat er ihn hoch. Mit dir? Äh, noch keine Rocket League Folge, meine ich. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich war zweimal Secret Hitler dabei oder so, aber das war's dann auch wieder. Oh, nein. Kacke Rocket League. Dann habe ich auch ewig lang nicht mehr gespielt. Das letzte Mal mit Noah. Oh, fuck. Aber zum Glück habe ich hier... Hast du ihn retten? Nein! Boah, das wäre so der coole Move gewesen. Alter, ja, du hast ihn sogar noch gekriegt. Scheiße. Oh, sorry Robin. Nicht wahr. Ich bin ja nicht Noah, ne? Ja, man spielt ja Spieler auch nur zum... Oh, fuck. Der kommt echt ätzend. Hast du. Schön. Oh nein. Das wäre schön. Ja, du? Ja, na. Ja, na. Ja, na. Da wollte ich schon vorher feiern. Oh, ich sollte vielleicht auch... Solltest du vielleicht bekommen. Ja, ich wollte eigentlich sie abtreiben, um den Rückwärts zu holen. Und dann ist er zu schnell gekommen und dann... Das sieht man jetzt wahrscheinlich auch noch. Rückwärts? Nein, vorwärts. Christ, alter. Ja, alter. Wir werden von SpongeBob abgezogen. Du fährst. Da sieht man wieder mal, wir wurden nur von Noah hochgebüßt. Eigentlich können wir gar nicht genau, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich glaube, ich habe bisher jede Folge... Übrigens, ich mache immer drei Matches. Ja, eins hat immer da gewinnt von. Hm... Im Kassen habe ich, glaube ich, keins gewonnen. Doch eins haben wir hier gewonnen. Wenn das Spiel so weitergeht, werden wir das auf jeden Fall nicht gewinnen. Ach, ein Spielmatch. Oh fuck, was? War das meins? Keine Ahnung. Ja. Ne, der war noch dran. Teilsdreck, ey. Das war ein schlechtes Spiel. Das kann man eigentlich nicht hochladen bei dir, ey. Ey, ich habe mit Carsten 0 zu 7 verloren. Mein ich. Muss ich gleich in den Aufnahmen machen. Oder schreibt ihr es in die Kommentare, dann habt ihr was zu tun. Ihr, meine zwei aktiven Zuschauer. Ja, einmal hin. Aaaaah. Mann. Weiß. Ja, was ist das? Ich hab keinen Boost. Die haben Zeit gemacht, ne? Hm. Du fährst. Was mach? Gerade. Ah. Na! Good job. Zwei. Warum riecht meine Hände nach Spargel? Spargel? Normalerweise stinkt deine Hände ja richtig viel vom Pinkeln, wenn du Spargel gegessen hast, aber... ...und ich hab den Teil einmal nicht Spargel gegessen. Ah, das hätte das Pesto gewesen. Warte. Das wäre komisch. Weiß nicht mehr mehr. Got this, bro. Nice. Ah. Oh, ich dachte der geht noch durch. Oh, ich dachte der geht noch durch. Hm, nicht gehe. Komm ich denn auf? Nein, den hab ich gerade nicht. Oh. Weißt du was die für Tore machen? Oh. Weißt du was die für Tore machen? Ich bin davon ausgegangen, dass er nochmal gegen die Latte geht. Deswegen hab ich mich dann auch nicht mehr... Oh, viel zu kurz. Du fährst. Oh, das war jetzt mangelhaft. Oh. Oh, egal, den hast du. Ah? Nee, 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 nee Eieiei Sicher doch Gegen was für Leute spielen wir denn hier? Du fährst? Jo Gegen richtige Noah-Tryhards so ungefähr Locker heiß davon auch eine Noah Ist das üblich, sagst du? Ja mal Und sowas geht natürlich wieder rein Boah, wie wir noch weggehauen das Du gehst Mhm Gut Gut Halt's auf Oh Schönes Ding, Mann Da hab ich mir noch schnell in den Fußgefühl Auch möglich Das sein müssen wir noch Mhm Wir werden da Wir werden da Ja Oh Ich hab den ersten Ballkontakt und der kommt trotzdem so zurück Oh, das wär so schön gewesen Oh shit, der kommt immer mehr drüber Gut 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 Du gehst? Oder ich geh? Mach, 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 mach Ah, der kommt so weit, verdammt Ja, egal So knapp war das erste Match noch gar nicht Und zwei Tore halt Dann komm ich mal noch drüber Oh nein, das war ein Scherz Oh nein, das war ein Scherz Irgendeine Errungenschaft hab ich bekommen Angehender Künstler Sammler Ich hab eine Kiste bekommen Ich hab eine Kiste bekommen Ich hab die aufmachen Angehender Künstler Sammler ein lackiertes Alter Hab ich was getroffen gekriegt? 15.200 Leute sind in der Playliste Spotify Vorher gestern war wir schon wieder gegen Gushi Den hatten wir gerade auch Nur Spongebobbys weg Haben wir immer noch ranked oder? Ja Oh, grad war eigentlich nur Spongebob der Gute aus dem Team, da ist er. Ist uncool. Oh, zum Glück, ich hab mich im Tor geflippt. Oh, ich flieg natürlich auch dran vorbei. Ja, wenn schon falsch, dann komplett, ne? Ich geh. Ach, nö. Hab ich gejinkst, dass Spongebob der Gute war und jetzt macht Wuschi das Tor, ne? Ey, das ist doch behindert. Na, bin ich davon aus, dass er schneller kam. Mann, ey. Egal, egal, egal. Kriegen wir hin. Du fährst. Den musst du haben. Nee, oder? Ah, zum Glück. Sehr schön. Ja, den muss er das. Oh, der ist verkackt. Und der holt ihn. Ah. Gern dir das vorgebracht. Oh, shit. Da hab ich mich verspekuliert. Ach, nö, oder? Oh, sorry. Den hab ich falsch genommen. Fuck off, ey. Oh. Du fährst? Ja. Jetzt aber komm, ich hab keinen Boost. Bis. Was? Hast du den? Ja. Außer wenn du da stehst. Oh, gut Job. Den muss wandern. Na! Das Gefühl kennt. Was ist das? Der Punch ist scheint, aber... Ne. Keine Ahnung, was mit dem. Ich muss nicht passeln. Nein! Ich hab den nicht, deswegen frei. Aber ich stand voll weit weg, deswegen... Ah. Ich bin sogar noch zugekommen, glaube ich. Oh. Good Job. Yes! Good Job, Bobbin. Carry me on. Carry me to Challenger. Oh, das funktioniert hier. Boah! Nein! Da hat er mich weggetackelt. Hier. 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 Noch was. Das. Oh, sorry. Das wusste ich nicht. Ich glaube es war besser, als ich den nochmal hochgehauen habe. Was? Definitiv. Aua. Geh. Ja. Ja. Ja, ja. Punches erscheint irgendwie afghans zu sein. Beide irgendwie grad nicht. Ohhhh. Also, wissen wir auch. Ich weiß egal ob der jetzt afghans oder nicht. Aber. Das machen wir. Wie ich dich gegen den Valka, oder? Sorry. Ja, ich achte eh nicht auf die Dinger da oben. Tchööööön. Ich sehe da aufwahlend schön zu sein. Immer ... irgendwie... Millisekunde... Oh SHIT. Du gehst? Nice. Du gehst immer noch. Tage. Oh Ne, der ist drin. Ja, ne? So was passiert jetzt auch noch nicht. Ich hab's zu gut stehen. Oh. This is hilarious. Jetzt zieht es halt auch eiskalt alleine durch. Okay, ich fahr. Oh, das war nicht gut von mir. Oh. Und wenn schon falsch, dann wieder richtig, ne? Ja, guck's dir doch an, wie ich den Ball verkackt hab. Da hab ich schon den größten Wagen. Ich kann trotzdem mal vorbeizufahren. Du fährst. Hol den 100er. Oh, man. Oh, ne. Aber den kriegst du noch, oder? Ne. Goddammit. Ich darf nicht mit in die Ecken reinfahren. Du fährst. Das lief so gut zur Halbzeit. Oh, ne Hips. Wir sind nämlich wieder. Boah, ey. Das war... Wir haben hier natürlich in der letzten Minute wieder drei Tore geworfen. Und der... Ich brauch nicht mal einen Gegner, um zu verlieren. Ja, äh, zwei von drei. Zwei von drei. Das dritte gewinnen wir. Komm schon. Weil rein rechnerisch dürften es ja um 15 Minuten kommen, plus die paar Minuten immer in... Oh, ich wurde... Ich bin aufgestiegen. Ich verstehe das ganze System in Rocket League immer noch nicht so. Hast du den Rank abbekommen, oder was? Ja, Aufstieg. Aber ich glaub nur in der Liga. Oder in Prospect. Ja, in der Liga hast du. Ne, in der Liga normalerweise. Okay. Ich hab ja noch so einen ganzen Kasten Cola unten, also wirklich gute Coca-Cola. Äh, von meiner Feier. Und, äh... Ja. Ich bin seit einer Woche ungefähr nur am Cola trinken. Ja, die richtige Cola ist aber echt die beste Cola. Ja, die ist als Coca Cola. Oh, oh, ähm, oh. Noll. We got it, mate. Run! Dann hol ich ihn mir. Dickst ihn nochmal hoch? Nein. Ich bin nicht. ja ich bin aber auch gerade sowas von brain africa ich hab da meinen ersten feinkontakt gehabt da ist der zweiter oder nicht nein aber mein zehnter feinkontakt verteidiger ja ich bin verteidiger und roben hatten ich habe immer noch null punkte oder ich glaube ich habe ihn ganz gut gelegt oder ja weil ich meinte in der anderen ecke halt das hey oh mein gott ich hab ihn nicht mal gekommen so jetzt und jetzt und das war fast peinlich was denn guck ich ihn doch an oder ich denk mir nur so jetzt kriege ich ihn jesus christ wenn wir in der dritte sind und so weiter ja diesmal habe ich den ball gekocht Oh mann, du... Hm, Noah hat gerade jetzt geschrieben. Sofort. Also, in einer Stunde werden wir mit ihm nochmal spielen. Wahrscheinlich, ja. Boah, ich brauche Poost, ich hasse es ohne Poost zu fahren. Das ist das Schlimmste. Wie eine Feier ohne Alkohol. Oh oh. Ach, ich habe gute viele Jahre ohne Alkoholfeuer im Griff. Das ist wichtig. Die Gesellschaft fängt halt jetzt immer viel zu früh an. Viel zu viel harte Zeug. Ja, Spaß. Nee, nee, mit 8 kamen erst die Nutzen dazu. Ja, weil die dich alle süß finden. Ja, ich muss nichts zahlen. Du musst nichts zahlen, oder? Hm. Ich bin Stammkunde seit 2000. Warte, 16 minus 8. Was ist denn jetzt? Da ist jetzt mit 8." Jaja, scheinen Sie selbst zu drum. Ja, hier ist die Rechner, selber. Ja, wow! Stimmt. Geht ja recht ne aufrä hebben, hä? Ja... Ja, wobei das dann versteckt... Ja du datasets Clear Alexis gewolltrum... Was soll denn fazendo gemacht werden? Z affiliation zu persecuted für die Spielarchente plus verbunden... Da wobei das dann versteckt wird da hinten. Grundsätzlich! das gute ist ein neues headset isoliert ja die außen-sounds so gut ich höre nur ganz leicht ja ich hätte vielleicht den aufnahmetschellen egal ein bisschen aufnahme das hast du jetzt nicht gesagt gab eine minute 50 dann passend und dann nächste folge direkt mit noa und bis zum nächsten mal und